Im zweiten Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann musste sich die deutsche Nationalmannschaft mit einem 2 zu 2 gegen Mexiko zufrieden geben und in diesem Video gibt es meine Taktikanalyse zum Spiel und weitere Erkenntnisse zur ersten Länderspielphase unter Nagelsmann. Fangen wir zunächst einmal an, wie Deutschland gegen den Ball agiert hat, also wenn der Ball in den Reihen der Mexikaner war und wenn die den Ball tief hatten im eigenen Aufbauspiel, dann hat man sich eigentlich in einem 4-2-3-1 formiert. Wir sehen hier eben die drei offensiven Mittelfeldspieler quasi und davor Müller als erster Anläufer. Wir können auch nochmal eins weiter, da sehen wir es erneut und das war eigentlich so das Prinzip. Mexiko in einem Dreieraufbau haben sie dann mal noch ein Stück tiefer aufgebaut, also vor allem bei Abstößen vom Torwart. Dann hat man es noch aggressiver zugestellt, denn Mexiko hat dann auch einen Viereraufbau gespielt. Wir sehen es ja eben, jeder Mann wird zugestellt, Mann gegen Mann und dementsprechend war es für Mexiko recht schwer sich zu befreien, vor allem weil sie eben in einem 4-1-Aufbau agiert haben und da vor allem zentral keine wirklichen Anspielstationen hatten. Und so gingen dann auch viele Bälle einfach lang nach vorne, wo dann eben die deutsche Mannschaft mit den Innenverteidigern, den Offensivspielern doch durchaus überlegen war, wodurch man dann eben wieder in Ballbesitz kam. Aber das war jetzt nicht allzu oft der Fall. Meistens war man eben wie vorhin gezeigt in so einem 4-2-3-1-Midblock, also etwas tiefer und nicht ganz so aggressiv vorne drauf. Aber man ist da wirklich durchaus flexibel, passt sich einfach mal dem Spiel an, wie es gerade läuft und das ist auf jeden Fall schon mal besser unter Nagelsmann. Dennoch war das Ganze nicht optimal und so waren die Abstände zwischen dem Zweiermittelfeld und den vier Offensivspielern oft nicht optimal, denn die Defensivformation war eigentlich ein 4-4-2, aber sobald man halt eben vorne überspielt wurde, dann war es oft schwierig für die Außenspieler recht seitnah nach hinten zu gehen. Und wenn Mexiko das mit viel Tempo ausgespielt hat, was sie auch haben, dann wurde es echt oft gefährlich, weil wir sehen es jetzt hier, Sané rechts viel zu weit vorne, Wirts fehlt auch hinten. Dementsprechend ist auch Gosens noch vorne, beziehungsweise weil er auch im eigenen Ballbesitz viel offensiver agiert und genau in der Szene, die ich jetzt hier rausgesucht habe, fällt dann eben auch das 2-1 für Mexiko, wobei man da sagen muss, wie beim ersten Tor ist Süle halt überhaupt nicht auf der Höhe. Ja, passt auch in dem Beispiel, weil er gegen einen ganz kleinen Spieler das Kopfballduell verliert. Aber ja, wirklich komplett gefährlich war es nicht, aber Süle hat auch oft gepennt, wenngleich man sagen muss, es war jeweils nach einer Umschaltsituation von Mexiko und da passt einfach die Absicherung noch nicht so ganz. Da muss man einfach besser gucken, das noch ein bisschen anpassen, dass die Abstände besser sind, dass man eine bessere Restverteidigung hat und ja, weil da ist man doch recht anfällig. Kommen wir nun aber zum Spiel im eigenen Ballbesitz, dann gefällt mir das doch schon deutlich besser und ich meine, das hat sich auch wieder im Spiel gezeigt. Gegen den Ball, beziehungsweise defensiv ist man halt immer noch so ein bisschen anfällig, aber offensiv hat man wirklich Ideen und kreiert sich jetzt auch wieder einige Chancen und da sehe ich eigentlich kein Problem, sowohl im Aufbauspiel als eben auch im letzten Drittel. Wir machen jetzt hier erstmal das Aufbauspiel, da war es eben tief, ein 4-2-Aufbau mit dem Linksverteidiger Gosens-Tief und dann halt der Doppelsechs vor der 4er-Abwehrreihe. Wir haben es einmal hier, aber auch nochmal hier, da ist es so, dass die Mexikaner ein bisschen aggressiver draufschieben, stellen es auch Mann gegen Mann zu. Dennoch hat man eigentlich meistens wirklich gute Lösungen gefunden. Der Stegen war heute so ein bisschen wackelig, aber ansonsten gefällt mir das wirklich gut. Vor allem Pascal Groß ist es halt unter De Serbi bei Brighton wirklich gewohnt, so mit so viel Druck aufzubauen und der hilft da der Mannschaft wirklich enorm und auch Gündogan, auch wenn er normal höher spielt, kann er das durchaus spielen und war da wirklich hilfreich. Gehen wir einen Schritt weiter, erstmal so ins mittlere Drittel des Spielfelds, dann verschiebt sich die Formation schon mal deutlich und zwar insofern, dass der Linksverteidiger Gosens wirklich vorschiebt in die letzte Kette. Dann hast du eben hinten mit dem Rechtsverteidiger Süle, der einrückt, einen 3er-Aufbau mit den drei gelernten Innenverteidigern und davor die Doppelsechs aus Gündogan und Groß und vorne dann in der letzten Kette eben 5 Mann, die die Gegner recht gut binden. Wir haben da eben auch alle Korridore bzw. Räume besetzt. Sané steht rechts ganz breit, links steht Gosens ganz breit, so zieht man die Gegner auch schon mal gut auseinander, kreiert so im Zentrum mehr Raum, wo man dann eben auch linienbrechende Pässe spielen kann, was man sowohl in dem Spiel gegen die USA als auch heute teilweise gesehen hat. Klar, da kann man noch mehr spielen, aber das muss ich auch erstmal einstudieren und dann nagelt man, aber die Ansätze waren auf jeden Fall schon mal gut. Dann hast du im Halbraum links Wirtz, rechts Musiala und im Zentrum hast du eben Müller in dem Fall, der eben die erste Halbzeit gespielt hat. Die Halbraumspieler mit Wirtz und Musiala haben sich oft fallen lassen. In dem Fall sehen wir es hier auch mit Musiala. Somit hast du dann ballnah auch immer noch eine weitere Anspielstation und generell war das wirklich eine gute Dynamik und hat mir echt gut gefallen im eigenen Ballbesitz. Wir sehen es dann auch hier nochmal, das gegnerische 4-3-3, wie die halt eben defensiv standen, gegen das deutsche 3-2-5. Und diese 3-2-5-Formation wird ja auch oft WM genannt. In dem Fall, wenn man aus der Perspektive des mexikanischen Torhüters, also von rechts drauf schauen würde, ist es halt eben wie hier eingezeichnet, erst ein W und dann ein M, also die Buchstaben. Ich hoffe, ihr erkennt es. Und dementsprechend war das eigentlich, ja, angepasst an eine prominente Taktik, die ja auch Pep Guardiola zuletzt oft genutzt hat, vor allem in der letzten Saison. Also nichts ganz Ungewöhnliches, aber hat man auf jeden Fall gut gesehen in dem Spiel. Und noch ganz interessant, wenn wir schauen, wie man es im letzten Drittel spielt, also wenn der Gegner wirklich tief steht, dann hat man sowohl Gosens als auch Sané, die etwas einrücken, also dass man es gar nicht mal so breit macht, sondern echt recht eng im Zentrum. Wobei dann halt eben vor allem Spieler wie Musiala und Wirtz auf engem Raum durch ihre Spielstärke oder ihre Dribblings glänzen können. Wir haben auch wieder das 2er-Mittelfeld dann als Absicherung quasi. Und zudem halt eben hier auch noch markiert die äußeren Innenverteidiger des 3er-Aufbaus, links Rüdiger, rechts Süle, die dann auch noch neben das 2er-Mittelfeld rücken und auch noch mal offensiv wirklich mitmachen. Und da drückt man den Gegner wirklich tief hinten rein. Und das hat mir echt gut gefallen in dem Spiel. Sprechen wir noch mal so ein bisschen über die Offensiv-Aktionen. So habe ich hier mal das 2 zu 2, also das Tor rausgesucht. Sorry, dass es hier so verschwommen ist. Ging gerade nicht besser mit dem Screenshot. Wir hatten da eben Musiala, der den Ball durchsteckt, auch Sané. Deswegen ist Musiala eben nicht in der Box. Aber ansonsten hast du halt eben alle Offensivspieler im Strafraum. In dem Fall bringt Sané den Ball auf Wirz. Dann den Rebound macht Füllkrug rein, der eben auch noch da ist. Am langen Pfosten hast du auch noch Gosens. Also da hat man wirklich eine gute Strafraumbesetzung. Dahinter auch wieder als Absicherung das 2er-Mittelfeld, die da auch ordentlich Platz haben. Falls der Ball zu denen springt, können die einen Distanzschuss nehmen. Und das ist generell wirklich ein Prinzip von Nagelsmann, dass er wirklich viele Spieler in den Strafraum bringt. Dass wenn der Ball irgendwie abgefälscht wird und irgendwo hinspringt, die Wahrscheinlichkeit, dass er zu dir kommt, so hoch wie möglich ist. Und auch wie vorhin angesprochen, ist auch ein Prinzip Nagelsmanns wirklich das Prinzip der minimalen Breite. Wir sehen es auch hier wieder. Sowohl Gosens als auch Sané, die Außenspieler, sind gar nicht breit, sondern recht eng. Und das ist auch typisch für Nagelsmann. Und auf jeden Fall cool zu sehen, dass er da seine Ideen wieder so umsetzen kann, auch wenn es nur die Nationalmannschaft und kein Klub ist. Also das zweite Tor wirklich gut herausgespielt über Musiala. Das erste Tor war nach einem Standard, nach einer Ecke, die Gosens auf Rüdiger verlängert. Aber ich möchte dennoch noch ein bisschen über das Offensivspiel reden, vor allem halt aus dem Spiel heraus. Denn auch wenn die Schussstatistik zwischen Mexiko und Deutschland recht ausgeglichen ist und man auch auf beiden Seiten wirklich gute Chancen hatte, so fand ich die Ansätze bei Deutschland wirklich sehr vielversprechend, wodurch man sich eigentlich sogar noch mehr hätte rausspielen können, wo es dann aber irgendwie noch so ein bisschen an den Mechanismen gehakt hat, beziehungsweise man nicht ganz so eingespielt war. Und da habe ich jetzt auch noch zwei Szenen rausgesucht. Zunächst mal hier haben wir den Dreieraufbau. Rüdiger verlagert das Spiel recht schnell auf die rechte Seite, bringt dadurch eben die Mexikaner in Bewegung, da sie recht schnell verschieben müssen auf die andere Seite. Süle erhält dann eben den Ball und wir sehen hier schon, da bildet sich eine Raute zwischen Süle, Musiala, Müller und Sané. Und Süle spielt den Ball dann auch recht schnell auf Müller. Der kann den Ball festmachen, bindet dadurch dann eben auch einen Spieler. Wir gehen eins weiter. Musiala startet dann eben in den freigewordenen Raum, dadurch, dass Müller den Innenverteidiger bindet. Müller will hier dann auch Sané ablegen, bringt den Ball aber nicht an den Mann, was hier aber auch die beste Möglichkeit gewesen wäre, denn Sané hätte dann entweder direkt auf Musiala in die Tiefe spielen können. Dann ist er eigentlich frei vorm Tor, kann abziehen oder vielleicht querlegen, je nach Laufweg von Wirz. Oder Sané geht halt selbst in den freigewordenen Raum. Dadurch, dass Musiala ja hier seinen Gegenspieler mit sich wegzieht und da könnte dann auch wirklich eine gefährliche Situation entstehen. Aber durch einen kleinen, dummen Fehlpass kommt es halt gar nicht erst dazu. Aber der Ansatz war wirklich gefährlich und ich habe hier noch eine Szene. In dem Fall ist es Goretzka, der eingewechselt wurde, treibt den Ball mit viel Tempo auf die gegnerische Abwehrkette, muss dann eigentlich rechts rauslegen auf Sané. Je nachdem, wenn Musiala sich besser bewegt hätte, könnte er auch auf den legen. Aber schauen wir jetzt mal, wenn er auf Sané legen würde, dann könnte der den Ball bringen an den langen Pfosten. Denn wir sehen hier markiert ein 2 gegen 1 Duell. Der gegnerische Außenverteidiger hat da einen Gegenspieler mit Wirz. Aber auch Gosens kann mit einrücken und gerade wenn Wirz sich da schlau bewegt, dann hat Gosens da, wenn man es gut ausspielt, wirklich freie Schussbahn. Aber in dem Fall spielt Goretzka den Ball halt einfach ins Zentrum zum Gegner und die Chance verpufft halt direkt. Aber das war wirklich sehr vielversprechend, weil man sich da auch gut bewegt. Füllkrug bindet hier auch den Gegner. Ich finde, wie gesagt, die Ansätze hier sind auf jeden Fall da offensiv. Und wenn man sich da noch ein bisschen mehr einspielt und die Mechanismen besser greifen, dann kann das auf jeden Fall sich noch deutlich steigern, dass man sich mehr Chancen rausspielt, dementsprechend auch mehr Tore macht. Wir hatten auch noch die Szene, wo Musiala auf Hofmann durchsteckt, der Pass aber ein bisschen zu steil kommt. Oder nochmal, wo Goretzka eine ähnliche Szene dem Pass nicht an den Mann bringt. Also man hat wirklich oft vielversprechende Aktionen recht schwach ausgespielt, was aber trotzdem ein Indiz dafür ist, dass die Laufwege von den Mitspielern ohne Ball wirklich stimmen und man sich da einfach noch ein bisschen besser einspielen muss, was natürlich schwierig ist, da man nicht oft zusammen spielt. Aber die Ansätze sind auf jeden Fall sehr gut. 2-2 kann man mit Leben, kann man drauf aufbauen vor allem. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Das soweit meine Erkenntnisse, meine Taktikanalyse zum Spiel gegen Mexiko. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mir zustimmt oder ob euch noch was anderes aufgefallen ist. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!